Hallo, ich bin Tim. Herzlich willkommen zu Keine Geschichte. Die Nazis haben behinderte Menschen systematisch ermordet. Und auch heute noch kämpfen behinderte Menschen um Anerkennung in unserer Gesellschaft. Warum ist dieser Kampf so schwer? Darüber spreche ich mit meiner Gästin Luisa Laudace. Luisa Laudace wuchs als einziges behindertes Kind in ihrem Heimatdorf auf. Sie konnte nicht verstehen, warum sie zum Beispiel im Sportunterricht immer als Letzte gewählt wurde. In ihrer Schule wurde sie von MitschülerInnen und auch Lehrkräften diskriminiert, sagt sie heute. Anfang 20 hatte sie einen Aha-Moment. Sie verstand, dass es nicht nur ihr so ging, sondern ganz vielen anderen behinderten Menschen auch. Das Problem? Ableismus. Das bedeutet, dass behinderte und chronisch kranke Menschen in unserer Gesellschaft strukturell diskriminiert werden. Heute ist Luisa Aktivistin, Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung und Autorin. Behindert ist für sie kein negatives Wort, sondern eine empowernde Selbstbeschreibung. Luisa kämpft dagegen, dass behinderten Menschen immer noch vermittelt wird, weniger wert zu sein. Hallo Luisa. Wir haben gerade eben schon gehört, dass du dich dafür einsetzt, dass Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft nicht mehr diskriminiert werden. Vielleicht ist die Frage total offensichtlich, aber wann ist dir zum ersten Mal klar geworden, dass du Diskriminierung erfährst? Ja, hallo. Freut mich hier zu sein. Es ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich sage immer, auch wir müssen lernen, dass wir diskriminiert werden. Also wir wachsen ja nicht auf und sagen, ja, also ich habe jetzt diese Identitätsmerkmale und deshalb werde ich diskriminiert. Das ist ja das Fiese eigentlich an diesem System. Und deshalb kann ich gar nicht genau sagen, wann es so das erste Mal war, dass ich das dann auch richtig eingeordnet habe, sondern ich kann mich an ganz viele Erfahrungen erinnern als Kind, als Jugendliche, aber, dass ich das dann erst zusammengekriegt habe in meinem Kopf und gedacht habe, hey, das passiert dir gar nicht, weil du irgendwie selbst schuld bist oder weil das ein individuelles Problem ist, sondern das passiert ganz vielen Leuten auch, die auch eine Behinderung oder chronische Erkrankung haben. Und das hat einen Grund und einen Hintergrund. Und ja, also ob das jetzt schon als Kind war, wenn ich gemerkt habe, wie die anderen Leute gucken, weil ich noch nicht laufen konnte beispielsweise, oder aber später in der Schule gewisse Worte, die verwendet wurden. Aber dass ich das wirklich erst verstanden habe, da musste ich wirklich Anfang 20 werden, dass ich das einordnen konnte. Wie hast du das geschafft, deine Perspektive da so zu verändern, dass du das nicht mehr so wahrgenommen hast? Behinderung ist grundsätzlich nichts Negatives. Und dieses Leid-Narrativ, was aufgemacht wird, ist super gefährlich. Das ist super gefährlich, denn damit wird uns der Wert unseres Lebens oftmals abgesprochen. Und das wurde beispielsweise auch schon in der Zeit des Nationalsozialismus verwendet, um uns systematisch zu ermorden. Um zu sagen, naja, die leiden, das ist ein Schicksal. Wir gewähren ihnen diese Euthanasie, den Gnadentod. Und natürlich ist das erst mal so dahingesagt. Und wenn das jemand sagt, dann ist das natürlich nicht so gefährlich, wie es damals war. Aber so fängt es ja immer an. Ja, klar, das ist ja trotzdem super relevant, darauf hinzuweisen, was von Denkmuster vielleicht auch in mir manchmal noch. Klar, auch ich habe ganz lange gedacht, oh Gott, ist das etwas, wofür ich mich schämen muss. Es ist schlimm, es ist schrecklich. Aber mal ganz ehrlich, am meisten leide ich unter der strukturellen Diskriminierung. Ich leide in den wenigsten Fällen unter meiner Behinderung. Und ich will das gar nicht kleinreden. Es gibt Sachen, die eine Behinderung mit sich bringen, die nicht schön für mich selbst sein können oder eine andere Person. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber das muss jedes Individuum für sich sehen. Und es darf nicht fremdbestimmt so als Aufkleber draufgeklebt werden. Absolut. Du hast ja gerade auch schon darauf hingewiesen, wie auch der Weg war für den Umgang mit Menschen mit Behinderung in Deutschland. Und dass es eine Zeit gab, in der grauenvoll darüber gesprochen wurde und auch vor allem gehandelt wurde. Und ich würde ganz gerne mit dir gemeinsam auf das Schicksal von Anna Lenkiering gucken, die zur NS-Zeit gelebt hat. Und genau, lass uns mal schauen, wie es ihr ergangen ist in dieser Zeit. Anna Lenkiering kam aus dem Ruhrgebiet und war 24 Jahre alt, als die Nazis sie ermordeten. Gnadenlos verfolgten die Nazis Kinder mit geistigen Behinderungen, so wie Anna. Sie sahen sie als nicht lebenswert. Bis 1940 war Anna in einer Heil- und Pflegeanstalt. Dann wurde sie in die Tötungsanstalt Grafenegg in Baden-Württemberg gebracht. In Tötungsanstalten experimentierten die Nazis mit Gastötungen. So bereiteten sie die späteren Massenmorde vor, beispielsweise in Auschwitz. Mehr über Annas Leben könnt ihr in einem Buch von ihrer Nichte lesen. In einem Brief an ihre Tante, die sie nie kennenlernen konnte, schrieb sie Liebe Anna, du warst 24 Jahre alt, als die Menschen dich im Namen einer menschenverachtenden Ideologie ermordeten. Heute bist du in der Erinnerung deiner Familie lebendiger als je zuvor. Ich muss sagen, mich haben diese Worte in dem Brief irgendwie sehr berührt. Das ist die beiden, also sie kannte ja sozusagen ihre Verwandte gar nicht, an die sie das geschrieben hat. Was macht das mit dir emotional, das zu hören? Das ist ja ganz schwer natürlich. Also auch jedes Mal diese Person auch zu sehen, die Fotos zu sehen, macht das natürlich nochmal viel reeller, obwohl ich mich schon so viel eigentlich damit beschäftigt habe natürlich. Und ich finde es total wichtig und toll, dass darauf aufmerksam gemacht wird und dass da endlich eine gewisse Sichtbarkeit entsteht und zumindest ein paar Menschen mittlerweile sich dessen bewusst sind, was da passiert ist. Und dass das leider auch jederzeit wieder passieren kann. Siehst du das als reale Gefahr, dass nochmal wieder so gehandelt wird? Ja, also wie oft muss ich darüber diskutieren, warum es nicht okay ist zu sagen, dass gewisse Menschen entmündigt werden müssen beispielsweise. Also wir haben immer noch leider Dinge verinnerlicht, gerade auch, es geht um Anna. Anna hat ja eine Lernbehinderung und gerade um diese Menschen, die in unserer Community wirklich mit die marginalisiertesten Menschen sind, gibt es noch Diskussionen, die sind absolut zum Haare raufen und die sind unfassbar gefährlich. Was mir auch so mit Blick auf die Fotos, die wir gesehen haben, aus Annas Leben auffällt, das widerspricht auch so diesem Narrativ, dass ein Leben mit Behinderung keine Freude haben kann, dass man keine Freundschaften schließen kann. Ist das was, was dir oft begegnet, dass dieses Vorurteil ist? Naja, man kann ja eigentlich nur traurig darüber sein, dass es einem so geht. Total, also man sieht ja die Fotos, sie lächelt, sie ist da irgendwie mit ihrer Familie, so wer kommt auf die Idee, ihr diese Lebensfreude abzusprechen? Und was wir dann aber im Gegensatz auch oft haben, ist, dass Menschen sagen, ach toll, dass du trotzdem noch so lebensfroh bist, ich könnte das nicht. Und ich denke mir so, was ist denn dann die Alternative? Vergrab ich mich irgendwo? Das passiert sehr oft. Warum, glaubst du, kommt es so langsam voran damit? Warum tut man sich so schwer damit, diese Probleme abzubauen? Kostet Geld. Und das Narrativ über behinderte Menschen besteht, dass wir ja ganz viel kosten. Auch das wurde von den NationalsozialistInnen wirklich weit gestreut. Und es gibt diese Plakate, Volksgenosse, es ist auch dein Geld und so und so viel Reichsmarkt kostet eine Ballastexistenz, wie man uns damals genannt hat. Allein der Name sagt der eigentlich schon. So ein Leben wie das von Anna. Genau. Aber so wird ja auch systematisch quasi vorbereitet, dass man sie umbringen konnte. Ja, tatsächlich. Es wurde gesagt, das kostet alles so viel Geld, die vermehren sich auch viel mehr. Also es wurde gesagt, irgendwann gibt es dann nur noch behinderte Menschen. Da gab es auch eine ganz große Zwangssterilisationsgeschichte von behinderten Menschen, damit wir uns eben nicht weiter vermehren. Also diese Eugenikgeschichte, die da auch ganz nah dran hängt. Ja, und das sind alles grundsätzlich Sachen, die leider immer wieder reproduziert werden. Und die dafür sorgen, dass Menschen nicht davon ausgehen, dass unsere Anforderungen wichtig genug sind. Also wie oft höre ich, sei doch mal dankbar dafür, dass du jetzt hier alles so bekommst und dass das jetzt hier so alles funktioniert. Früher hätte man anders mit euch, wäre man anders mit euch umgegangen. So was hörst du? Was macht das mit dir? Wie antwortest du da drauf? Gar nicht mehr. Also natürlich, du kannst natürlich dann diskutieren, aber wenn eine Person so ein gefährliches Gedankengut trägt, dann muss man vielleicht auch einfach ganz schnell das Weitersuchen ab einem gewissen Punkt, weil das natürlich auch gefährlich wird. Voll. Für mehrfach marginalisierte Personen wie mich und das ist, ja, also es ist ganz schwierig, gerade im Internet hört man das sehr viel. Ja, das glaube ich. Und, ja, also da muss einfach noch ganz viel getan werden und natürlich wird es Menschen geben, die das nie lernen werden und die immer menschenfeindlich agieren werden. Aber wir müssen erstmal überhaupt dahin kommen, dass die Mehrheitsgesellschaft diese Dinge sieht und das tut sie momentan noch nicht und das ist ein Problem. Ich würde ganz gerne nochmal sozusagen in die Richtung gehen, auch was kann man eigentlich tun, wenn man keine Behinderung hat, um dieses System zu sprengen, sozusagen dafür zu arbeiten, dass sich das ändert, dass Ableismus eben nicht mehr so stark greift und so viel Einfluss auch darauf hat, wie Menschen mit und ohne Behinderung miteinander umgehen. Was kann man da raten? Sich informieren, ist das A und O, also zuhören. Bescheid wissen, ja. Genau, zuhören, nicht für behinderte Menschen sprechen, sondern ihre Stimmen lauter machen, das eigene Umfeld sensibilisieren mit dem, was man mitbekommt, ohne die Stimmen behinderter Menschen leiser zu machen. Ich erlebe es dann zum Beispiel oft, dass das Wissen, was eigentlich von behinderten AktivistInnen stammt, dann von nichtbehinderten Menschen einfach als ihres ausgegeben wird, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber zu sagen, ich habe das da und da gelesen gehört, was auch immer, ich habe mich mit Person XY unterhalten, es ist so und so und wir müssen diesen Menschen glauben, wir müssen uns selbst auch mal zurückstellen. Also wir können nicht immer zu allem eine Meinung haben, weil es uns vielleicht auch manchmal gar nicht zusteht, über gewisse Lebensrealitäten zu urteilen, wenn es gar nicht unsere eigene ist. Und Privilegien auch einräumen, also seine eigenen Privilegien checken, merken, okay, wie ist meine Teilhabe eigentlich, wie kann ich durch den Alltag laufen, wie war meine Schulzeit, bin ich einfach, konnte ich in jede Schule gehen, die da vor Ort war oder wie ist das auf dem ersten Arbeitsmarkt, werde ich aufgrund von Behinderung, chronischer Erkrankung diskriminiert, kriege ich vielleicht den Job nicht. Das sind auf jeden Fall Sachen, die reflektiert werden müssen und Dinge konsumieren von behinderten Menschen, Podcasts, Bücher, Instagram-Posts. Also dieses Thema auch zulassen ins Leben, auch wenn man nicht aktuell betroffen ist. Was glaubst du, wie Anna auf die Situation heute schauen würde, wie es heute Menschen mit Behinderung in Deutschland geht? Glaubst du, sie wäre frustriert, dass sich so wenig geändert hat? Ich weiß es nicht, ich möchte nicht für Anna sprechen, aber ich weiß, dass viele behinderte Menschen nicht zufrieden sind mit der Situation, wie sie jetzt sind und das sehr, sehr berechtigt. Und ja, letzten Endes stehen wir, wie wir vorhin schon festgestellt haben, noch total am Anfang. Und das, was erstmal ganz wichtig ist, ist Sichtbarkeit für dieses Problem, für strukturelle Diskriminierung von behinderten und chronisch kranken Menschen. Alleine, dass die wenigsten Menschen das Wort Ableismus kennen, ist ja schon ein großer Punkt. Ja, packen wir dazu auf jeden Fall nochmal Infos auch in die Infobox. Das ist ganz wichtig, darüber aufzuklären. Lisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Danke. Wir haben jetzt so viel über Barrieren gesprochen. Haltet ihr auch mal die Augen auf, wann begegnen euch Barrieren? Wann stellt ihr fest, dass unser Alltag absolut nicht barrierefrei ist? Schreibt das unten in die Kommentare und lasst uns ein Abo da, damit ihr keine der Geschichten von Keine Geschichte verpasst.